So Leute, es ist wieder ein tolles Video. Wir freuen uns einer auf den Lava und ich finde es ganz toll, ähm, mit dem Darm... Phoenix. Phoenix, Klammern aus. Ja, hier hat irgendjemand unser Lava weggetan und... Ja, Lava geklaut, äh... Lava geklaut, äh... Äh, und so ein Ancient-In-Table. Hier hat er uns... Wie viel, äh, und ich brauche Tränke? Warte, vier. Vier. Und ich nehme zwei. Ich nehme kurz alle Tränke auf den Tisten raus. Und dackel... Ey, pack, sortier die Sachen aber dann wieder. Ja. Und ja, der machte mit Türen zu... Hat mich gerade mit Lava geblättet. Da, da, da... Ey! Guck, 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 du hast in die Luftblasen! Komm her! Hm? Ich finde es nicht mehr cool! Die letzte Folge war ja mit Hero-Brandon-Grow. Alter! Ich finde es nicht mehr lustig! Ich finde es nicht mehr lustig! Ich finde es nicht mehr lustig! Und wenn es nicht aufhört, dann meld dich das ein... Lava! Scheiße! Ey, der Heini hat ab, der Autor! Komm! Kommst du? Nimm mal ein TPA zu mir! Ich komm gleich! Nein, du kommst jetzt! Ich hab keinen Bock mehr auf so'n Arsch! Wenn du uns noch einmal da war! Ein einziges Mal macht! Dann schickst du das Video an mir! Hm! Weil du rausfindest her sind! Und schickst du das Video an mir auf! Lava! Der Lava-Eimer in der Wand! Ich hab Angst! Lava-Eimer! Ja! Cheetah! Das bestimmt unser... Er hat... Klar, es wird später... Hast du den Eimer von uns? Ja! Gut, wer er hat es gefällt! Den hab ich im Inventar! Ja! Ich hab keinen Bock mehr! Ohne Witz! Okay! Lais, wir jetzt nochmal... Von Lava-Eimer! Deine Scheiß-Motor! Das regt auf! Alter, ich schick das Scheiß-Video an dir! Ja, ich komm gleich! Da, 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 da! Da, da, da! 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 Da, 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 da! Ok, ich... hab sie gelicken? Ich, ich hässlich hätte es nicht mehr lustig? Nein! Huah! Das Mathe, ich komm ich jetzt... Ich habe nur ein Hör verkauft. Prozent die Mierde was die Hälfte ich will auch nicht mit dem Motto auf die Lüge die Mühlen Lava alles er war mir vorbaus machen sollten wir kooperiert befragen vielleicht ist es den der hatte ich mit uns kommt ja der Schilder Prozent Prozent ich hatte mit Prozent ein ganzes und auf die Brust das der Schmerz Prozent Prozent er hat ja ich bin nicht da um den Kuchen ich hab's an die Tränke Kurs was auch die Heiltränke ja ich habe alle Tränke aus dem Haus uns um und gucken da was nicht mehr so nachmitteln alles was da war jetzt nur so nicht nur wenn wir sehr sehr wenige Leute wissen um die Tränke braut. Also ich glaub nicht, dass der weiß. Ich hab's mir mal gekonnt. Mein Gott, das ist so. Leute, angeschrieben. Ja, Alter, da nimmt nicht an. Da spielt wahrscheinlich S hier. Ja, das spielt ich auch noch. Ah, 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 hu 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 hu. Ein YouTube-Airprint. Alter, ich lad das Video heute noch hoch. Alter, wie lange kannst du aufnehmen? So lange wie ich will. Riyad? 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 Ja, okay. Ist aber auch schon ein Riko-Kampfbund. Oh, schade. Wir wurden gerade getrollt. Riyad? Riyad? Wir nehmen gerade auf. Wir brennen. Und hier ist schon wieder mit deinem Mann. Riyad bist du das? Riyad bist du das? Ich schwöre nicht. Riyad bist du das? Riyad bist du das? Riyad bist du das? Ja. Gibt sich Sachen wieder herrscht? Sonst merle ich das Video. Riyad, trollst du uns gerade? Ja. Wie heißt, wie heißt schon dem, wie heißt du? Okay. Er treffe uns nicht. Wie ist es denn? Junge, er ist schon nicht auf dem Server. Ne, ne. Hä? Hä? die ganze Zeit an ach guck, guck, er brüllt wieder Du schaust auch Pfeifchen aus! Alter, ne? Muss das Essen? Ich finde das nicht mehr cool Okay, weil... Ich drücke euch durch Ja Ah, aber Sorry Hör ich die Verlust, die aus mit dem Notchkopf Notch Notch Wie bei der letzten Folge, ne? Notch V is a Hero Cry Um... 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 Ja, wie geil! Lass den doch! Das sind doch mal geiler! Ach, der Green Monster Warum? ... er ist ja Ich überprüfe mal, mal alle Sachen, hier hinten halt, du mal wache ... da, du, 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 du hast niemand Also, ich... ... da, du, 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 du... Ich ausrebelst zwei, man Mal sehen... war weil die Kräfte nicht die Königkeitschehen er hat mich noch sehen die Menschen in der Welt ich habe keine macht die Tür zu auch das ist aber schon hier drin Prozent ich hab keine Blumenblasen kein Blumenblumen er weist du schön wenn man es nie dass man die Blumenblumen nicht mehr sieht so toll Alter bin ich krass schrocken Alter Alter der Sauberheiß die Erklärung der Hauptmann die Klappe er ist und das macht Gammel oder wenn der mit der Stadt Gautini und der Kreis und dann weiß ich das das ist ich mache mir mal vorsichtshalber mal Wasser Nimm du auch auf Alter Nimm du mal Wasser einmal benutzt ihn nur wenn du keine Farbe da nimmst oder hinten so ab hier jetzt auf den beiden Türen auf nicht mehr lange wieder kannst du aufnehmen wir haben schon keine Ahnung mal sehen ob hier okay da ist er drin ist er und ich habe ihn dort geschlagen ich habe ihn dort geschlagen aber jetzt ja Prozent was er hat ich bin im Wasser und ich bin das Haus das war ich glaube Prozent 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 erkennt sich jetzt Prozent 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 nur noch ein Bild mir doch noch noch Prozent 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 jetzt ist es auch ja das ist auch Prozent das war auch schon da Prozent nicht zu verschaffen Prozent 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 als er in mir wenn ich den Haus Prozent Prozent das ist ein du musst du es gab jetzt wirklich auf Prozent Prozent okay dann muss ich die Erwanderung vorfragen ich kann man nicht Prozent Prozent er muss er muss er nur noch mal was sagen ich habe auch schon mehr Prozent aber ich muss immer nicht nur aus Prozent Prozent vor der Geld schlur Prozent das war's nicht du das war ich Eisenschwert labereiner und die sinnen Prozent 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 über Prozent so Prozent Prozent der Denn es musste ernsthaft mal sein. Alter. Ah, sorry. Kacken los, Junge. Aua. Ich sterbe mal. Aua. Aua. Ey, Mutter. So. Naja. Hm, war lustig. Kacken los, Junge. Alter, der musste grad sein. Ey, aber... Das mit dem Ding war ich wirklich nicht, mir zu wollen. Das war ich wirklich nicht. Ja, komm schon wieder. Nein, weil ich mich sag zum Britten muss auf. Nein, ich bring dich nicht auf. Äh, auf. Komm. Du musst auch auf. Ja, aber jetzt komm, ich mach jetzt ja. Ich komm, wenn nicht mehr auf den Server. Ja, dann sind die Sachen frei weg. Wieso sind meine Sachen weg? Äh, werden die vielleicht nach 5 Minuten mal so weggehen? Nur kurz die Sachen einsetzen. We have been shurping ban for lockout. I hope you don't go. Was? Wieso bin ich grad gebannt? Ah, na, tolle Scheiße. Naja. Nein, du bist nicht gebannt, oder? Doch. Wegen mir? Naja. Wegen mir? Naja. Wegen mir? Wegen mir? Ich hab getrollt. Ja, weil du mich angerufen hast. YOLO! Naja. Ja. Da... Das war's. Nein, du bist nicht gebannt. Ich glaub, hoffentlich hat euch hat YouTube die Dings schon gefallen. Ja. Schaffst du jetzt mal die Aufgabe? Nein. Ich hab' jetzt seine Sachen auf, bevor du weggehen. Was ist? Ich hab' jetzt erstmal deine Sachen auf. Was, du schweißt, meine Sachen nicht? Nein, ich hab' jetzt erstmal auf. Naja. Von Gott. Ich hab' jetzt... Ich hab' jetzt einfach deine Sachen, dass sie nicht weggehen. Okay. Alter. Der Kill musste sein, Alter. Du hast mich nicht mal mehr umgebracht. Hä? Du hast mich nicht mal mehr umgebracht. Ich hab' dich doch umgebracht. Nein. Ich hab' jetzt runter vom Server gesagt. Du geliebt. Also, warte mal. Du hast ein Verbrennungsschwert. Woher hast du das? Hm. Ach ja, YOLO! Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann... Gibt's einen Like. Ja. Bis dahin. Ciao, Leute. Paul, das Arschloch, hat uns voll getreut. Er wurde gebannt. Und das will ich mir jetzt erstmal angucken. Einfach für das Video. Ja, ähm... Ciao, Leute! Ciao! 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 Ciao!